Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Geocraft. Herzlich willkommen zu einem Command-Block-Tutorial. Vor allen Dingen ein Command-Block-Tutorial, welches sich von euch häufig gewünscht worden ist. Ihr habt nämlich mich gefragt, The Geocraft, wie macht man eigentlich diese Kamerafahrt bei Among Us? Beziehungsweise allgemein, wie macht man Kamerafahrten in Minecraft? Also so eine richtig schöne, dynamische Kamerafahrt per Command-Blöcke, wie geht das? Nun, Anlass dieser Einsendung ist, Anlass dieses Tutorials ist eine Einsendung, und zwar Einsendung Nummer 24. Dort haben wir uns von Herrn Richterlich angeschaut, wie er ein Redstone-Kino gebaut hat. Und das war unglaublich toll, Leute, ihr müsst das mal euch angucken. Und er hat das mit den Kamerafahrten so gelöst, ihr seht, ich werde hier vorwärts geschoben. Er hat mir diese Technik mal angeguckt, weil ich gemerkt habe, es ruckelt ein bisschen. Er merkt das auch, es ruckelt so ein bisschen. Und ich habe mir das mal angeguckt, was passiert. Hier am Boden sind lila Command-Blöcke auf Always Active. Das ist ziemlich, ziemlich stressig für einen Server. Und ich möchte euch heute ein paar Tipps geben, wenn ihr auch ein Kino baut oder eine Kamerafahrt baut. Wie funktioniert das? Wie macht man sowas? Ihr braucht für das Ganze eine Internetseite. Die Internetseite heißt MCStacker und ich zeige euch das jetzt für die Java-Version von Minecraft. Bitte erwartet nichts, ich bin kein Badrock-Spezialist. Ihr geht auf Google, gebt dort MCStacker ein, geht auf diese Webseite. Und das ist eine ziemlich feine Webseite. Hier können wir uns einen Amor-Stand machen. Das wählen wir hier aus, bei Summon Amor-Stand. Dem können wir ein Tag geben. Jedes Mal, wenn ihr ein Amor-Stand erzeugt, der eine Kamera ist, solltet ihr den einem Tag geben. Unser Cam, Comma, Cam, Unterstrich und dann die ID der Kamera. Diese beiden Tags solltet ihr dem Amor-Stand geben. Und zwar warum, werde ich euch zeigen. Wenn wir den jetzt einfügen, können wir den ja mit einem Linksklick kaputt machen, wenn wir ihn nicht mehr brauchen. Wir werden jetzt allerdings unseren Amor-Stand als Marker setzen, Invisible setzen, No Baseplate, Persistence Required True, Small True, No Gravity True, Silent. Und Invisible True. Diese ganzen Argumente sorgen dafür, dass uns eine Art besondere Amor-Stand erstellt wird. Und zwar der da. Ihr seht keinen, geht in Game Mode Spectator, also im Zuschauer-Modus und ihr seht jetzt hier diesen Amor-Stand. Wie könnt ihr den jetzt kaputt machen? Gar nicht. Dieser Amor-Stand ist quasi, der ist gar nicht da. Also er ist quasi eine besondere Funktion. Und damit wir den löschen können, braucht ihr den Command-Block und dafür haben wir dem jetzt diese Tags gegeben. Achtet drauf, dass ihr hier keine Leertaste dazwischen macht. Sondern, dass ihr hier nur einmal einen Komma dazwischen macht. Jetzt können wir folgendes machen. Kill at E Tag gleich Cam. Buff. So, das könnt ihr jetzt machen. Und dann könnt ihr hier auf den Knopf drücken und dann verschwindet der Amor-Stand. Soweit, so gut? Okay. So. Als nächstes macht ihr eine Art Animationszeitraum. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr was animiert. Dann habt ihr eine Zeitleiste. Und ihr könnt sagen, auf der Zeitleiste zum Beispiel könnt ihr sagen, okay, die Kamera, die soll ein bisschen nach links fahren und nach fünf Sekunden soll die Kamera nach vorne fahren. Dann soll die Kamera sich drehen. Das heißt, ihr braucht eine Zeitleiste. Wie macht man eine Zeitleiste in Minecraft? Ihr fangt an mit einem lila Command-Block. Also ihr stellt einen normalen Command-Block hin. Macht hier einen Klick auf Repeat. Aber lasst Nils Redstone an. Dann braucht ihr ein Scoreboard. Das Scoreboard nennen wir mal Data. Ich nenne es immer Data. Data ist immer so ein schönes Scoreboard. Das ist ein Scoreboard, auf dem ihr einfach irgendwelche Daten speichern könnt. Scoreboard Objectives Add Data. Dummy. Dummy bedeutet, ihr könnt da irgendwelche Werte drauf speichern. Scoreboard Objectives Add Display Sidebar. Data erlaubt es uns, dass wir jetzt rechts am Bildschirmrand da oben uns diesen Data anzeigen können. Jetzt kann ich mir persönlich einen Wert geben. Scoreboard Player Set The Geocraft Data 1. Und ihr seht, ich habe rechts den Wert 1. Ich kann meinen Wert auch auf Minus 1 haben. Ich kann den Wert aber nicht auf 1,5 haben. Es müssen immer ganze Zahlen sein. So. Also nicht eine Komma stellen, sondern ein Minus ist noch okay. Aber es müssen ganze Zahlen sein. Es ist ein Integer. Das heißt, irgendwo gibt es ein Limit. Das heißt, die Zahl kann nicht 9.999. Ihr seht, wenn ich jetzt zu hohe Zahlen nehme, fängt Minecraft an rot zu werden. Und sagt, ne, das kann es nicht machen. Irgendwo ist der Speicher voll. So. Ich kann aber nicht nur einem Spieler-Date-Scores zuweisen, sondern ich kann auch einem Raum etwas zuweisen. Hashtag Test. Wir machen mal Hashtag Test oder Hashtag Antwort. Antwort. Hashtag Antwort mache ich mal auf 42. So. Jetzt fragt ihr euch, warum sehe ich das da nicht? Ihr seht, es wird nicht angezeigt. Das ist jetzt die Besonderheit. Wenn wir ein Hashtag nehmen, wird es nicht da oben angezeigt und trotzdem ist es zugewiesen. Das heißt, wir können jetzt machen Scoreboard, Players, Get, Hashtag Ant, Wort, Data und der Wert ist bei 42. Das heißt, wir können diesen Hashtag irgendwas zuweisen. Jetzt schreiben wir diesen Command-Block rein. Execute Run oder erstmal If. Das heißt, wir legen eine Bedingung fest. If. Wenn der Score von Hashtag. Und jetzt kommt es. Jetzt müssen wir halt gucken, welche Kamera. Dieser, dieser Dings soll jetzt unsere Kamera Nummer 1 modellieren. Das heißt, hier ist unsere Kamera 1. Die haben wir hier erstellt. Das ist unsere Kamera 1. Wir müssen mal gucken, wo startet die Kamera. Ja. Der Startwert ist das Wichtigste. Unsere Kamera 1 soll hier starten und nach hier gucken. Das machen wir jetzt gleich, okay? Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, wir kümmern uns jetzt um Kamera 1. Das ist wichtig. So. Ich nehme mal die Kopfhörer runter. Die brauchen wir gerade nicht. Kamera 1. Also execute if cam unterstrich 1. Wir speichern auf cam 1 etwas. Data matches 1 Punkt Punkt. Das heißt, solange dieser Wert von cam unterstrich 1 größer als 1 ist auf Data, soll er etwas machen. Run, say, hallo. So. Jetzt können wir folgendes machen. Scoreboard players set Hashtag mit dem Befehl cam unterstrich 1 Data 1. Der Wert ist also jetzt größer als 1. Und wenn wir den Command Block aktivieren, sehen wir hallo im Chat. Wenn der Wert nicht 1 ist, sondern 0 ist, passiert nichts bei diesem Command Block. So. Und jetzt macht er nicht say hallo, sondern scoreboard players add Hashtag cam unterstrich 1 Data 1. Was macht der Command Block? Solange dieser cam 1 Wert größer als 1 ist, soll er, wenn der Command Block aktiv ist, dem auf Data plus 1 rechnen. Und jetzt kommt es richtig krasse. Wir können uns ja ein Redstone Output geben, ob der Command Block erfolgreich war. Und dieser Redstone Output geht über diesen Block, über dieses Redstone, über diesen Verstärker, über diesen Block wieder zurück in den Command Block rein. Was wir jetzt noch brauchen, ist hier ein Verstärker und einen zweiten Command Block, den wir hier hinstellen. Und da schreiben wir rein, scoreboard players set Hashtag cam unterstrich 1 Data 1. Wenn wir das gemacht haben, dann aktivieren wir den jetzt. Und jetzt passiert folgendes. Ich drücke hier drauf und ihr seht, jetzt läuft dieser Command Block. Ihr seht, der Command Block läuft, weil wir den Wert auf 1 setzen. Die Bedingung ist erfüllt und jetzt rechnet der Command Block die ganze Zeit cam unterstrich 1 plus 1. Wir können es das mal anzeigen lassen. Scoreboard players get Hashtag cam unterstrich 1 Data. Der Wert ist gerade bei 324. Jetzt ist er bei 366. Ihr seht, der Wert wird immer größer. Die Besonderheit ist aber, dass wir mit dem Befehl scoreboard players set Cam Data 0 das abbrechen können. Ihr seht, sobald ich manuell den Wert auf 0 setze, stoppt diese Technik und schaltet sich aus. So, wenn die Technik stoppt und sich ausschaltet, geht diese Redstone Fackel an. Und hier können wir jetzt Command Blöcke hinstellen, die etwas machen, wenn die Kamera fertig ist. Also, wenn die Kamera fertig ist, soll zum Beispiel etwas passieren. Erstmal soll die Kamera gelöscht werden, also kill at e-tag gleich cam unterstrich 1. Denkt dran, Kamera löschen. Hier könnt ihr einen Command Block hinstellen, der etwas macht, wenn die Kamerafahrt beginnt. Also quasi direkt zu Start der Kamerafahrt. Zu Start der Kamerafahrt brauchen wir natürlich eine Kamera. Das heißt, es muss eine Kamera erzeugt werden. Die Kamera soll also hier sein und auf das Haus gucken. Jetzt drückt ihr F3 und wichtig für euch sind jetzt diese Sachen, die hier oben stehen. Und zwar Block. Das sind die Koordinaten, wo die Kamera gespawnt werden soll. 20, 40, 64 und 7. Diese Koordinaten gebt ihr jetzt bei MC Stacker hier ein. Aber stopp, das ist noch nicht alles. Und zwar Ausrichtung der Kamera. Wohin soll die Kamera gucken? Die Kamera soll das Haus angucken. Das heißt, die Ausrichtung ist das hier, was hier steht. Facing. Hier steht 74 und 8,1. Wir runden das mal ab auf 74 und 8. Yaw gibt ihr 74 ein, also die erste Zahl. Und Pitch gebt ihr 8 ein. Das ist quasi das zweite. Yaw ist eure Richtung, in die ihr guckt. Maximal 360 Grad. Und Pitch ist maximal 90 Grad bis, also minus 90 Grad. Ne, plus 90 Grad bis minus 90 Grad. Also wie ihr getiltet seid in Minecraft. Soweit verstanden? Ich hoffe doch. Wenn wir jetzt einen Amos Stand einfügen mit diesen ganzen Sachen, machen wir mal. Und ihr macht jetzt im Spectator einen Linksklick auf den Amos Stand. Dann, mal gucken, ob es klappt. Okay, ich kriege den Amos Stand nicht mit dem Linksklick. Ne, gucken wir uns das gleich an. Moment, stopp. Wir fügen den Amos Stand jetzt erstmal ein. Das macht dieser Command Block. Und jetzt kommt noch ein Tipp von Profi. Killed erst den Command Block. Ich kann mir den Command Block, by the way, den Amos Stand. Ich kann mir den Command Block nehmen, wenn ich Steuerung gedrückt halte, Maus-Ret-Klick mache, habe ich den Command mit Inhalt. Erst den Amos Stand killen. Falls einer da ist, also falls die Animation neu startet, bedenkt alle Fälle. Was passiert, wenn die Kamera läuft und die Kamera neu startet? Dann habt ihr plötzlich zwei Kameras und alles geht kuddelmuddel. Deshalb erst die alte Kamera löschen und dann per grünen Command Block, also quasi ein folgender Command Block, chain always active, ganz wichtig, könnt ihr den nächsten Befehl ausführen und zwar füge die Kamera ein. Immer, wenn ich nun auf diesen Knopf drücke, startet die Kamera fahrt neu und es wird eine neue Kamera da oben eingefügt. Immer, wenn ich hier drauf drücke, setzt ihr diesen Wert zurück auf 1. Der Wert fängt wieder an, die ganze Zeit hoch zu zählen. Es ist eine Kamera eingefügt. Und sobald wir dieses hier eingeben, set cam data 0, schaltet sich der Wert aus und die Kamera wird gelöscht. Gut. Nächster Schritt. Ihr müsst jetzt gucken, welchen Spieler ihr bewegen wollt. Also welcher Spieler gerade diese Kamera sehen soll. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt dem Spieler ein Tag geben oder meine persönliche Lieblingsmöglichkeit ist ein Scoreboard Objective machen. Ja, und zwar nennen wir das jetzt mal cam. Das ist quasi, welche Kamera ein Spieler gerade gucken soll. Cam. Dieses Scoreboard Objective ist nur dafür, dass später mit eurer Technik nicht alle Spieler auf der Welt gleichzeitig die Kamera sehen, sondern nur der Spieler, der ausgewählt ist. Damit es jetzt aber nicht zu kompliziert wird, Leute, programmieren wir diese Kamera jetzt mal wirklich so, dass alle Spieler, die gerade auf der Minecraft Map sind, das hier sehen. Ich erkläre euch gleich, wie ihr das ändern könnt. So, wenn wir jetzt diese Kamerafahrt starten und der zählt plus 1, also der rechnet jetzt hoch, haben wir eine Kamerafahrt hier. Wenn ich als Spieler im Spectator Modus bin, gibt es ein Befehl slash spectate. Wenn ich den eingebe, kann ich sagen, was ich beobachten möchte. Und zwar adde tag gleich cam unterstrich 1. Ihr seht aber, Minecraft ärgert sich ein bisschen. Wir müssen nämlich jetzt sagen, dass wir nur eine Kamera meinen. Man kann immer nur eine Sache gleichzeitig sich angucken. Cam 1, Limit gleich 1. Wenn ich jetzt Enter drücke, seht ihr, bin ich in der Kamera drin. Ich sehe jetzt das, was die Kamera sieht. Und ich kann jetzt meine Maus bewegen, wie ich will. Es ist fest. Ich sehe jetzt mit den Augen des Amor-Stands. Da ist unser Amor-Stand. Und nochmal, ich gebe den Befehl ein. Und ich sehe alles, was ihr jetzt seht, mit den Augen des Amor-Stands. Ihr seht, wenn ich jetzt in den R5 gehe, man sieht nicht mal meinen Kopf. Jetzt sieht man meinen Kopf, wenn ich Shift drücke. Aber jetzt sehe ich mit den Augen aus der Kamera. Bevor ihr jetzt weitermacht, Leute, ist es super wichtig, dass ihr überprüft, dass ihr diese Technik mit diesem Befehl, Scorber Players at Cam 1 0, abschaltet. Okay. Das ist wichtig. Ihr müsst quasi eine Art Abschalter haben, dass ihr die Technik abschaltet. Denn jetzt wird es ernst. Nun machte folgendes. Ihr gebt ein Kommandblock ein und macht dort Game Mode Spectator at A. So, und jetzt an dieser Stelle müsstet ihr, wenn ihr Experten seid, definieren, wer alles den Film gucken soll. Nochmal, ich lasse es jetzt bei allen Spielern. Wenn ihr nur at A eingebt, sind natürlich alle Spiele auf der ganzen Karte gemeint. Aber was ihr jetzt machen könnt, wenn ihr euch gut auskennt, ihr werdet das hinkriegen, Leute, wenn ihr euch ein bisschen mit Scores auskennt, dann würdet ihr jetzt folgendes machen. Ihr würdet mir jetzt einen Wert geben. Player setz the Joecraft Cam auf 1. Ja, wenn wir dieses Score hätten. Dann würde ich das jetzt auf 1 setzen. Da könnten wir sagen, dass nur alle Spieler Scores gleich Cam gleich 1. Das heißt, nur alle Spieler, die gerade diesen Score haben. Diesen Score haben. Nur diese Spieler dürfen die Kamera sehen. Okay? Das lassen wir jetzt aber weg. Wir tun jetzt mal wirklich so, dass das Ganze, was ich euch zeige, jetzt für alle Spieler gilt. Wir machen jetzt folgendes. Was ihr auf jeden Fall eingeben müsst, ist Game Mode gleich nicht Spectator. Fertig. So muss es aussehen. Diese Bedingung macht folgendes. Sobald unsere Kamerafahrt startet, setzt sie alle Spieler in den Spectator. Und ihr seht, ich kann jetzt meinen Game Mode nicht mehr ändern. Ich kann so viel F3 und D drücken. Ich kann meinen Game Mode nicht ändern, solange die Kamerafahrt läuft. Um meinen Game Mode zu beenden oder zu ändern, muss die Kamerafahrt gestoppt werden. Und dafür habe ich diesen speziellen Befehl gemacht, mit dem man die Kamerafahrt stoppen kann. Ihr seht, jetzt kann ich meinen Game Mode ändern. So. Der nächste grüne Command, also der nächste Folge-Command, den wir jetzt hier dran bauen, ist execute as at a. Und wieder an dieser Stelle, bei diesem at a, liebe Leute, achtet wieder drauf, dass ihr diese Spieler definiert. Das heißt, sagt, welche Spieler. Wenn ihr das nicht definiert, sind alle Spieler auf der ganzen Welt gemeint. Also passt da bitte auf, vor allem wenn ihr das auf dem Server macht, wo mehrere Spieler sind, definiert die Spieler. Also zum Beispiel Spieler, die einen speziellen Tag haben oder die einen speziellen Score haben. So. Aber wir lassen es jetzt bei at a. Wir wissen, dass die als erstes jetzt in Spectator gesetzt worden sind. Und jetzt executen wir einen Befehl als die Spieler, und zwar run. Und genau diesen Befehl, den ich vorher eingegeben habe, spectate. Geben den ihr eindrücken, enter, fertig. Das ist die Basis für unsere Kamerafahrt. Diese Command-Blöcke ermöglichen jetzt folgendes. Sobald die Technik startet, bin ich in der Kamera drin. Und ich komme jetzt auch nicht mehr aus der Kamera raus. Wenn ich Shift drücke, werde ich sofort wieder zurück in die Kamera reingesetzt. Ich kann meine Maus nicht bewegen. Ich bin jetzt in diesem Amos-Stand drin. Ich kann mich erst dann wieder frei bewegen, wenn dieser Befehl ausgeführt wird. So. Und das ist jetzt die nächste Sache, die ihr machen müsst. Und zwar eine Abbruchbedingung. Für den Fall der Fälle, dass was schief geht, dass die Spieler sich irgendwann wieder bewegen können. Es gibt ja manche Spieler, die können keine Befehle ausführen. Deshalb macht ihr jetzt folgendes. Ihr nehmt euch den Befehl, mit dem ihr das Ganze abbrecht. Ja. Und gebt ein Execute if Score Hashtag Cam 1 Data Matches 200 Punkt Punkt Run. So. Das heißt, sobald dieser Wert 200 erreicht hat, schaltet sich die Kamera automatisch ab. Ihr müsst das natürlich festlegen, wie hoch das ist. Diese Zahl, die jetzt hier steht, lässt sich in Sekunden übertragen. Und zwar 20 bedeutet eine Sekunde. 40 bedeutet zwei Sekunden. 60 bedeutet drei Sekunden. 80 bedeutet vier Sekunden. 100 bedeutet fünf Sekunden. Okay. 200 sind also zehn Sekunden. Das heißt, nach zehn Sekunden können wir uns wieder frei bewegen. Mal gucken. Eins, ich kann mich nicht frei bewegen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und da ist es schon passiert. Ihr seht, zehn. Ungefähr zehn Sekunden. So. Jetzt kann ich mich wieder frei bewegen. So. Das ist eure Abbruchbedingung. Ihr müsst die natürlich dann so hoch stellen, wie eure Kamerafahrt läuft. Und denkt dran, dass sie hinter zwei Punkte sind. Das bedeutet einfach, sobald dieser Wert diese Grenze überschritten hat, schaltet die Kamera aus. So. Jetzt können wir eine Kamerafahrt definieren. Wir können nämlich jetzt folgendes sagen. Execute if score cam unter Strich 1 data matches. Und jetzt geben wir eine Spanne ein. Und zwar von 0 bis 100. Das heißt, der Wert, der zählt ja die ganze Zeit hoch. Das heißt, die ersten vier Sekunden. Ich hoffe, ihr habt aufgepasst. Mit diesem Bereich können wir sagen, dass die ersten vier Sekunden soll etwas passieren. Die ersten vier Sekunden soll zum Beispiel im Chat stehen oder soll die Kamera etwas machen. So. Wir executen den Befehl. If score. Also wir haben jetzt festgelegt, in den ersten vier Sekunden soll die Kamera ein bisschen nach links gehen. Wir können das mal einfach mal testweise sagen, was ich vorab. Erste vier Sekunden, Kamera geht nach links. Die nächsten vier Sekunden, Kamera geht nach vorne. Als war nur das Beispiel. Okay. So, das können wir jetzt sagen. Die ersten vier Sekunden sind 0 bis 100. 0.100 bedeutet 0 bis 100. As. Als die Kamera. At e-tag gleich cam unter Strich 1. Bei der Kamera. Achtet darauf, dass ihr at at s nicht vergesst. Der Befehl soll ja nicht beim Command-Block ausgeführt werden, sondern als Kamera. Und nachdem ihr als Kamera eingegeben habt, müsst ihr eingeben bei der Kamera. Das ist wichtig, denn wir wollen nur die Kamera teleportieren. Und zwar run teleport at s. Also die Kamera. At s ist quasi immer, wir wählen jemanden aus, der den Befehl ausführt. So, at e, Kamera. Ist unser Befehl ausführer an dieser Stelle. Am Anfang ist es noch der Command-Block. Das heißt, sobald der Befehl beginnt, führt der Command-Block den Befehl aus. Der macht diesen if-Test. Und anschließend führt die Kamera den Befehl aus. Also an dieser Stelle übergeben wir die Befehlsgewalt an die Kamera. Das heißt, dort, wo jetzt mein Cursor ist. An dieser Stelle führt die Kamera den Befehl aus. Und jetzt sagen wir, der Befehl soll bitte bei der Kamera ausgeführt werden. Und dann sagen wir, teleportiere die Kamera doch bitte um diese Koordinaten. Diese Schlängelinie, die man mit STRG, ALT und PLUS macht. Bedeuten relative Koordinaten. Wir können jetzt gucken, wenn wir F3 drücken, sehen wir ein Koordinatensystem hier in der Mitte. Das rote ist die x-Koordinate. Das grüne ist die y-Koordinate, also die zweite Koordinate. Und die dritte Koordinate ist das blaue. Die Kamera soll sich jetzt in diese Richtung bewegen. Das heißt, in welchem Pfeil soll sie sich bewegen? In den blauen Pfeil. So, und wenn sie sich nach links bewegt, bewegt sie sich positiv. Also der blaue Pfeil zählt plus. Wenn sie sich in die andere Richtung bewegt, zählt der blaue Pfeil minus. Versteht ihr das? Weil der blaue Pfeil in diese Richtung zeigt, seht ihr das? Der blaue Pfeil in der Mitte zeigt in diese Richtung, heißt das plus in diese Richtung und minus in diese Richtung. Und ihr seht das auch hier oben. Hier oben ist der letzte Wert, 40. Wenn ich jetzt in diese Richtung gehe, wird dieser Wert immer kleiner. Wenn ich in diese Richtung gehe, wird der Wert immer größer. Ich hoffe, ihr habt es gesehen, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Denn jetzt können wir eingeben, die Kamera soll sich nach vorne bewegen. Vergesst nicht, nochmal, diese Befehle werden 20 Mal pro Sekunde ausgeführt. Das heißt, wenn ihr jetzt hier eine 1 eingebt, ja, dann bewegt die Kamera sich 20 Blöcke pro Sekunde. Das ist sehr, sehr, sehr schnell. Deshalb geben wir keine 1 ein, sondern eine 0,1. So, das heißt, die Blöcke bewegt sich 2 Blöcke pro Sekunde. So, und jetzt haben wir das schon eingegeben und die Kamera macht das von 0 bis 100. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, gibt es Magie, Leute. Denn dann passiert folgendes. Wir haben eine ruhige und dynamische Kamerafahrt. Die Kamera stoppt jetzt gleich. Nach 5, nach 10 Sekunden stoppt die Kamera. Ne, 5 Sekunden. Und die Animation ist gleich vorbei. So, jetzt ist die Animation vorbei. Seht ihr das? So, jetzt haben wir quasi die erste Kamerafahrt definiert. Jetzt können wir uns diesen Command-Block einfach kopieren. Einfügen, jetzt sagen wir, von 101 bis 150 soll die Kamera ein bisschen schneller werden. Ja, und zwar soll die Kamera ein bisschen schneller werden. Und sie soll sich langsam drehen, die Kamera. Das können wir auch machen, indem wir diesen Pitch ändern. Ihr seht hier, das ist das erste. Das ist diese erste Zahl. Die wird quasi, die Kamera soll sich ein bisschen nach rechts drehen. Seht ihr das? Wenn die Kamera sich nach rechts dreht, wird dieser Wert größer. Merkt das euch. Der Wert wird größer. Also können wir jetzt zwei von diesen Schlängellinien anfügen und sagen, bei der ersten Schlängellinie ist das ja die Richtung, in die man guckt. Und die andere ist die rauf und runter, wie man guckt. Und wir sagen jetzt hier auch 0,1. Also das Ding soll größer werden. Wenn das kleiner werden soll, können wir einfach minus 0,1 sagen. Ich hoffe, ihr versteht das, ihr Lieben. So, gucken wir jetzt mal, was passiert. Also, von 0 bis 100 geht die Kamera einfach nur nach links. Von 101 bis 150, bitte macht nicht den Fehler und gebt 100 ein, weil sonst kommt es ja zweimal vor. Also von 101 bis 150 geht die Kamera schneller nach links und dreht sich auch ein bisschen. Ich lasse sie mal ein bisschen stärker drehen. So, und der Rest ist Trial and Error. Wir starten die Kamerafahrt. Wir gucken, die Kamera geht langsam zur Seite. Jetzt wird sie schneller und dreht sich. Uh, aber ich finde, sie könnte sich schneller drehen. Ich finde, dass sie sich sehr langsam dreht hat. So, wir müssen warten, bis die Kamerafahrt beendet ist. Ähm, wie gesagt, ihr könnt jederzeit mit diesem Befehl die Kamerafahrt abbrechen. So, ich würde sagen, die Kamera soll sich schneller drehen. Das heißt, ich gebe mal hier eine 5 ein. Experimentiert mit den Zahlen und nehmt nicht zu große Zahlen, Leute. Kleine Zahlen sind hier besser. So, Kamera geht ein kleines bisschen in die Richtung. Ähm, jetzt bewegt sie sich ein bisschen. Guckt euch mal an, wie dynamisch das ist. Jetzt bleibt sie stehen. Ähm, und was sie jetzt machen soll, die Kamera, die soll ein Ziel anfahren. Das möchte ich euch auch mal zeigen, was wir machen können. Wir können eine Art Ziel anfahren. Also, entweder, ihr spielt jetzt herum, aber wenn ihr zum Beispiel möchtet, dass die Kamera exakt hier hingeht, wo ich jetzt bin. Seht ihr das? Da, wo ich jetzt bin. Wenn die Kamera zum Beispiel diesen Block anfahren soll, ja, dann müsst ihr euch die Koordinaten dieses Blocks aufschreiben. Und was ihr jetzt macht, ist etwas ganz Brillantes. Und das ist jetzt Expert. Ich habe euch gerade die Basissachen erklärt. Ich gehe mal davon aus, ihr habt das verstanden. Ihr könnt noch viel mehr, by the way, damit machen. Ihr könnt zum Beispiel sagen, dass bei einer speziellen Zeit etwas passieren soll. Das heißt, wenn dieser Zähler, der die ganze Zeit aufwärts zählt, genau bei 120 ist, ja, könnte etwas passieren. Das heißt, ihr gebt einfach ein in den Command-Block. Diesmal nix mit Punkt, Punkt. Der Befehl soll nur einmal ausgeführt werden, wenn der Wert bei 120 ist. Run. Und da könnte man zum Beispiel etwas machen, wie, ähm, hier, wo ich jetzt stehe, könnte man Particle-Effekt einfügen. Also Particle, dann die Koordinaten, wo er eingefügt werden soll. 20, 30, 60, 20. Äh, achso, wir müssen erst sagen, was für ein Partikel? Ähm, Explosion-Emitter. So, wir geben die Koordinaten an. Wir sagen, dass es, wir können jetzt ein paar Werte eingeben. Verzeihung, wir können ein paar Werte eingeben. Zum Beispiel Speed 0,5, ähm, 10 Mal. Bumm. Habt ihr das gesehen? Boah, eine Riesenexplosion. Guckt euch das an. Riesenexplosion. Und diese Riesenexplosion mit den Partikeln soll halt ausgeführt werden, wenn wir in diesem, ich nenne es Frame 120 sind. Können wir hier eingeben. So, das ist während die Kamerafahrt läuft. Gucken wir mal. So, wenn ihr jetzt die Kamerafahrt habt, ihr habt es gescriptet, ihr habt jetzt genauestens festgelegt, an der Stelle 120, die kommt jetzt gleich. Bumm. Explosion. Ihr könnt genauestens festlegen, was passiert. Ihr könnt einen Titel-Command machen, ihr könnt im Chat etwas schreiben, ihr könnt dem Spieler, ne, ihr könnt dem Spieler keine Effekte geben, das geht nicht. Hey. Aber ihr könnt halt so Sachen machen. Ihr könnt zum Beispiel auch mit der gleichen Technik, äh, Monster hier herumlaufen lassen zum Beispiel. Indem ihr einfach sagt, von 100 bis 150, lasst ein Zombie vorwärts laufen. Okay? Oha, ich hoffe, ihr versteht das. Äh, und jetzt kommen wir Expert Level. Ihr könntet jetzt auch folgendes machen. So, ich. Das ist jetzt wirklich, wenn ihr das checkt, seid ihr Big Brain. Area Effect Cloud in Minecraft sind Dinge, die nur kurzzeitig existieren. Und wir können zum Beispiel jetzt sagen, dieser Frame geht ja bis 150. Deshalb machen wir folgendes. Kurz bevor wir 150 erreichen, also bei 149, äh, finden wir einen Befehl aus. Und zwar, ich möchte gerne eine Area Effect Cloud hier an dieser Stelle einfügen. Also bei den Koordinaten, äh, 20, 22, 59, 19 geben wir hier ein auf MC Stacker. Area Effect Cloud, wir müssen jetzt sagen, wie lange diese existiert. Die löschen sich nach einer Zeit von alleine. Deshalb sind das tolle Dinger. Äh, deshalb geben wir als Duration jetzt ein, keine Ahnung, 100. Das sind 5 Sekunden. Also, wenn wir die jetzt einfügen, wir müssen F3 und B drücken, damit wir die sehen können. Wenn ich jetzt die einfüge, 1, 2, 3, 4 und Tschüssikowski. Verschwindet sie von alleine. So, ähm, da müsst ihr jetzt ein bisschen rumspielen, wie lange ihr die einfügen wollt. Aber das Schöne ist, die löscht sich von alleine. Das ist eine feine Sache. Äh, und dir geben wir jetzt einen Tag, und zwar cam-1-target. Ui, cam-1-target. So, und die soll erzeugt werden. So, die wird also jetzt bei 149 erzeugt. Bei 149 entsteht cam-1-target. Und jetzt können wir sagen, execute if score hashtag cam-1-data matches 151 bis 200. Bei 200 endet ja unsere Kamerafahrt. Wie gesagt, wenn sie später ändern sollt, ändert diesen Wert hier. Endet quasi die Endbedingung eurer Kamerafahrt. Ihr könnt sie im Notfall abbrechen, die Kamerafahrt, mit diesem Befehl. So, solange jetzt 151 bis 100, macht folgendes. Execute als Kamera bei der Kamera. Run teleport at s. Und jetzt geben wir dieses Symbol ein. Das findet ihr oben auf eurer Tastatur, neben der 1. Das bedeutet in Blickrichtung. Das heißt, wir teleportieren die Kamera jetzt in die Richtung, in die die Kamera guckt. Und zwar 0,2 Blöcke. Diese letzte Koordinate sagt quasi, wir gehen geradeaus in die Blickrichtung. Geradeaus. Also mit der letzten Stelle sagen wir geradeaus oder, wenn es negativ ist, rückwärts in die Blickrichtung. Die zweite Stelle sagt nach oben in Blickrichtung oder nach unten in Blickrichtung. Und die erste sagt rechts oder links. Das ist genau das gleiche wie Minecraft W, A, S, D. Wenn ich jetzt so stehe, dann drücke ich W, um geradeaus zu gehen und S, um rückwärts zu gehen. Ich drücke Leertaste, um nach oben zu gehen und nach unten zu gehen. Und ich drücke A, um nach links zu gehen und D, um nach rechts zu gehen. Und das ist quasi genau das gleiche wie das hier. Also quasi das erste ist A und D, das zweite ist Leertaste und Shift und das letzte ist W und S. So, aber ich möchte geradeaus gehen. Also positiv 0,2. Und jetzt, ihr seht schon, meckert der ein bisschen. Wir machen nämlich dahinter eine Leertaste. Facing Entity at E Tag gleich Cam unter Strich 1 unter Strich Target. Ihr merkt etwas. Wir wählen also jetzt dieses Ziel aus, was wir uns gerade erstellt haben auf MC Stacker. Wichtig ist jetzt, ihr seht, es ist alles rot. Warum? Es darf nur ein Ziel sein. Also Komma Limit gleich 1. Jetzt ist Minecraft grün und zufrieden. Was passiert? Die Kamera fährt, wird schneller, visiert anschließend diesen AmoStand an. Durch diesen Befehl und nähert sich der Area Effect Cloud. So, damit macht ihr euch das Leben leicht. Wir sehen, schöne dynamische Kamerafahrt. Wird schneller. Explosion und visiert den an und wir nähern uns nun diesem Ding. Und hier endet die Kamerafahrt an der Stelle. Ich drücke nochmal F3 und B. Hitbox hin. So, ich finde, der kann ein bisschen schneller auf die zufliegen. Das heißt, wir machen mal einfach 0,5. So, und wir drücken auf den Knopf. Kamerafahrt startet. So, und das ist auch schon der ganze Flex. Seht ihr das? Kamera wird schneller. Explosion. Ihr könnt damit genauestens festlegen, oh, das war zu schnell, wo die Kamera-Hinfahrt hinkommt. Aber es geht ja noch besser, Leute. Ihr habt quasi auch gleichzeitig einen Editor, mit dem ihr einstellen könnt, wann was passieren kann. Durch diese Command-Blöcke-Folge. Wann was passieren kann. Und das Beste von allem. Die Technik schaltet sich ab. Das heißt, anders als hier unten sind die Command-Blöcke nicht die ganze Zeit aktiv, sondern nur solange die Kamerafahrt läuft. Sobald sie zu Ende ist, stoppt die Kamerafahrt. Um euch mal ganz kurz das zu zeigen, wie ich das morgens gemacht habe. Da habe ich genau das gleiche gemacht. Da habe ich genau die gleiche Technik, die ich euch gerade gezeigt habe, hier auch gemacht. Ich zeige es euch zum Ende einmal. Das müsstet ihr jetzt wieder erkennen. Wir haben hier diesen Command-Block, der die Camp-Frame, so habe ich das hier genannt, plus eins rechnet. Und ich habe mir jetzt mit Wolle markiert, was was ist. Also hier macht er zum Beispiel, hier setzt dieser Camp-Frame, diese Marker, die ihr gerade gesehen habt, diese Array-Effect-Clouds, setzt er auf der Karte, damit ich weiß, wo die Kamera hin soll. Hier habe ich gesagt, die Kamera soll zum Schiff sich teleportieren. Wieder, das kennt ihr, das habt ihr gerade zum Schluss gesehen. Facing-Entity. Und das soll sie nicht die ganze Zeit machen, sondern das soll sie nur machen, wenn der Camp-Frame 1 bis 300 ist und so weiter und so fort. Also, alles ist genauestens gescriptet. Ich habe auch gescriptet, zum Beispiel, was mit den Spielern passieren soll, was am Ende der Animation passieren soll. Und somit können wir uns mal angucken, wie das aussieht. So, ich mache mal folgendes. Ich lade mal eine Karte. So, was ihr jetzt seht, gehört nicht zu der Kamera. Kurze Trinkpause. Während hier was lädt. Das ist nicht Kamerafahrt. Das ist jetzt ein Ladesystem. Wenn ihr denkt, die Kamera war kompliziert. Ich werde euch nicht erklären, wie denn so ein Ladesystem funktioniert. Das ist 10.000 Mal komplizierter. Aber, achtet, jetzt beginnt die Kamerafahrt. So, erstens, wir haben einen Schwenk über die Karte. Der Titel wird angezeigt. Jetzt visiert die Kamera das Schiff an, während das Schiff sich bewegt. Diese Bewegung des Schiffs ist auch über die Kamera definiert. Und jetzt endet die Kamerafahrt und übergibt an die nächste Technik. Die dann quasi per Redstone Z-Block könnt ihr einfach die nächsten Command-Blöcke aktivieren. Die nächste Kamera aktivieren. So, und könnt ihr auch mehrere Spieler gleichzeitig in Kameras reinschicken. Umfassendes Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Und ciao, Leute.